Servus Leute, Bauchworkout. 100% Sixpack garantiert. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das heutige Workout haben wir letztes Jahr schon mal gemacht und zwar auch als allererstes. Falls ihr euch die Übungen also nochmal anschauen wollt, klickt einfach auf meine 2020er Playlist, ganz am Anfang natürlich. Dort findet ihr das entsprechende Video von letztem Jahr. Dort erkläre ich auch die Übungen immer jeweils direkt vor dem Training. Hier legen wir direkt los. Wir haben zwei Durchgänge, die sind die Übungen. Immer ab 20 Wiederholungen mit jeder Übung bei den Übungen für die Seitengebrauchmuskulatur natürlich 20 pro Seite. Also macht euch bereit. Está kwear. Neust Obst Füllen Leg covet. 20 Stück. 3 3 Slij. 1. 4. 6. 7. 6. 7. 8. 7. 8. 9. 8. Die, die, mwf! Ah, ah, ah! Don't you see, bitch! Birthday. So, antes den 2-0-Jetknights auf die Knoten, 5, 5, 5, 4, 5, und als ich die 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 3 2 1 1 2 1 2 4 4 5 6 4 15 20 Nächste Rund, dein Gestande 20 vorseitig In 3 2 1 Und los 10 20 30 40 60 Nächste Rund Achtfahren, auf die Brücke 20 vorseitig In 3 2 1 Und los 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 23 22 23 24 24 25 25 25 25 25 25 Nice. Masuk. 10 12 Nice. Gut, die letzte Runde war der Pauli-Sage. Seitstürz mit Glück gehen, 20 pro Seite. Drei, zwei, drei, wo und so. Gut, gut, gut. theater im Ich mache mir die Beklemmungen. Ich mache mir die Beklemmungen. Okay. Cool. Kannst du mich auf deinem Bereich? Was ist das? Was ist das? Oh Gott! Was ist das? 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 Langsam wird er bereit machen. 30 Sekunden geht es weiter. Okay, zweiter Durchgang, genau das Spiel, genau die gleichen Übungen, wieder 20 Wiederholungen und 20 pro Seite bei den seitlichen Morgenslatorn. Wir legen los mit Leg Leather. 20 Stück. 3, 2, 1, los. Eh. Bitt. Bitt. Bittat. 1. 2. 1. 4. 5. 5. 6. 5. 7. 7. Hör! Bring it on! Bring it on! Bring it on! Bring it on! Show me the money, show me the glory Give me a second to demonstrate Let me tell you a story Do me a favor, but keep the money buzzing in the street If you my only you won't have no problem holding this heat If you my enemy, then stay away You'd guess no love Imagine your soul escaping just floating above Another day, another dollar, earn the paper It doesn't matter if it's illegitimate It's the same If you're in the way you feel the contents In this clip I'm not a gangster, but I know gangsters Bro's that dumb I'm not a softie, come on let me see you show you a chump Not a little boy, talking big man, talk nigga I'm a cold brother I'm a cat-blog Next thing we want, process 22 5 5 5 1 1 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 5 4 5 6 6 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 6 5 6 7 8 7 8 5 5 5 5 6 6 6 7 6 7 7 8 9 9 9 9 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 13 12 12 12 13 Und gut! Die allerletzte Übung sei schon für 40 waren. 20 pro sein. 1, 2, 1, 2 1, 2 10 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1 2 1 2 1 1 1 und 20 sehr gut starke leistung brennt ganz schön im bauch aber wir wollen uns ja auch im sixpack erarbeiten danke dass ihr mit euch selber wenn ihr lust habt auf ein ganzkörper training klickt einfach hier drauf ich hoffe wir sehen uns gleich ansonsten bis nächstes ohr